Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone, ich bin SirPyronRP, ja, ähm, ich hab immer noch nicht rausgefunden wie das mit den Kövern funktioniert, wollten wir ja in der letzten Folge machen, beziehungsweise wollte ich ja rausfinden, äh, wenn ihr gleich im Hintergrund einen Facebook-Sound hört, dann ist das einer von euch der mir antwortet, ähm, weil ich hab gegoogelt jetzt ein paar Minuten und irgendwie kam da nur Bullshit bei rum und, ja, keine Ahnung, äh, ich hoffe irgendjemand von euch weiß Rat oder so, ähm, falls sich in den nächsten Folgen nichts Neues ergibt und ihr immer noch seht, dass ich dieses Kack-Cover habe, ähm, schreibt doch unten in die Kommentare, wie ich, falls ihr es wisst, äh, wie ich ein anderes Cover bekomme, ähm, wie dem auch sei, wir müssen jetzt noch einmal gewinnen, hab ich so im Hinterkopf, ja, äh, noch einmal gewinnen und danach können wir, äh, Parla zocken und dann haben wir wieder ordentlich Knete, dann weiß ich noch nicht, was wir damit machen, ähm, ja. Schon wieder Jaina? Mein Gott! Jaina! Du bist jetzt für das Endpartnerương. Für das Endpartnerương! So, ähm, Earth Elemental brauchen wir nicht! Und... Dich brauchen wir auch? Doch, das kommt ganz geil! Ah, mach mal so! Komm schon, komm schon! Ah, 3, 3, 3! Wut der fuck! Der Fug! The fuck is this shit? Ja, übertreib halt. Gib mir halt die Karte direkt am Anfang. Wirk. Nö. Nö, nö, wir wollen nicht. Egal, ich kann gleich ein Totum rufen. Du nicht nehmen Kerze. Der coolste aller coolen Viecher. Der macht zwei random damage. Ach, doch, haben wir halt z' Maul. Ich sag, wir haben genug Mana, dann haben wir genug Mana. Du nicht nehmen Kerze, Mama. Der denkt jetzt wahrscheinlich, dass sein Fireblast zwei damage macht durch Dingens, aber Hero-Effekts sind dadurch nicht, ähm... Ach, nö, fuck you. Ach, Menno. Menno. Kannst du doch nicht machen, Kita. Du nicht nehmen Kerze, ähm... Nö, 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 nö. Jetzt mal ein Kippchen da machen. Ihr kennt das. So, dann läuft das mit dem Konzentrahieren auch besser Hau raus, Digga, hau raus Der macht mich jetzt mit meiner Lieblingskarte, also mit der coolen Karte hier platt Das hättest du wohl so gern, mein Freund Meine Augen sind öblich Meine Augen sind öblich Denn wahrscheinlich ein Monster im Deck und der Rest nur Zauberkarten Krieg ich jetzt richtig auf den Sack Alter Vater Das ist nicht lustig Das ist gar nicht lustig Ich muss seine Karten zerstören Aber das ist jetzt kein Problem Wir machen nämlich jetzt Folgendes Und den hier Und den hier Das Gesilencer Jetzt kannst du mir die Nille küssen Äh, gegen wen zocken wir? Gegen Solo-Style Okay Mal schauen, was du so kannst, Solo-Style Bis jetzt sah das ja schon nicht so schlecht aus Also du hast mir ordentlich auf den Sack gegeben Jetzt werden wir aber mal schauen, was wir das machen So Freund der Sonne Ah, fuck Der hat Schieb Fuck Ich bin dumm Fuck, der hat Schieb Ich bin so Okay, secret Gebt ihm halt 5 Attack Juckt mich herzlich wenig Juckt mich herzlich wenig Kannst du nicht noch ein Vieh rufen? Damit ich es dir klauen kann Okay Geben wir her da Nice So, nächste Runde haben wir 8 Punkte Viele von euch wissen nicht, wie das Game funktioniert Oder manche haben unter den Videos geschrieben, dass sie immer noch nicht wissen, wie das Spiel funktioniert Ganz easy Ihr habt hier oben Die Mana-Dinger, die ihr braucht Und ihr kriegt jeden Zug einen dazu Bis zu einem Maximum von 10 30 Karten in einem Deck Die könnt ihr euch zusammenstellen Ihr bekommt so Standard-Karten am Anfang Und dann heißt es Ein vernünftiges Sekt zusammenbauen Und, äh, ja Die einzelnen Effekte könnt ihr euch durchlesen Ihr müsst sowieso, äh, irgendwie Hm, hatte ich muss gar Was machen wir Der hat schon wieder so ein Fuckvieh Ach nee Dann treib ich ja schon Äh, wir machen das The truth is my shield So Ähm Hey, gib mir einen Minute Hey, gib mir einen Monarch So, ähm Ihr müsst Ähm Ja, ich weiß nicht Äh, ich bin halt nicht so gut in dem Spiel Ihr kennt das Ich hab jetzt im Moment halt mehr Lack als Verstand Super Da ist mein Schild platt gemacht Geht's, Digga Jetzt hast du den Nicht getötet Och, ey Wirk Wirk, Kotz Wirk Ähm Ich will Onyxia noch nicht rufen Folgendes machen Wir können Archmage rufen Und ein Totem beschweren Vielleicht haben wir Glück Nice Healing Totem Schön Ähm Ja Auf jeden Fall Das ist eigentlich das Spielprinzip Ihr ruft Viecher oder Sachen Mit denen ihr Kristalle Opfert Und die Kristalle Kriegt ihr halt jede Runde wieder Beziehungsweise Ihr kriegt immer einen mehr Bis ihr zehn Stück habt Jaja, der macht mir jetzt Lol Das war ein Fehler, Digga Das war ein Riesenfehler Ähm Wir machen Ne Wir machen so Argus 3,5 Jetzt haben wir drei Tauntviecher da rumstehen So Wie oft hat Okay, der hat die nur noch einmal Jaja Alles klar Alles klar Du willst es nicht anders Du kriegst es nicht anders Ähm Du, 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 du Machen wir erst mal Dann machen wir das Gut gemacht, Digga Gut gemacht Geht für die Brücke Also ich würde an seiner Stelle Jetzt auf Flamestrike hoffen Oh, Mana One Zählt nicht als Spell Schade, ne? Das sehe ich auch So Ähm Ja, wir brauchen im Moment Nicht wirklich was rufen Wir müssen halt nur dafür sorgen Dass wir die Viecher von dem Zerstören Bringt nichts Der heilt sich eh gleich wieder Ähm Uh, schön Äh, zwei Attack Kriege ich der nur dazu Hm Das wären 4, 6 Eben mal überlegen Äh, tttt Das wären 6 Damage So würde das passen Hm Müsste ich den aber opfern Äh, das ist nicht schlimm Opfern wir den halt Obwohl Nö Darauf geschissen Einfach einer So 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 Er wird jetzt den 6er Killen Killeroonie machen Oder alle killen Okay Allen 2 Damage machen Ist hart Mit Fall Hätte ich nicht gemacht Ah doch Ja, das sah jetzt Am Anfang so aus Als würde der auf den hier gehen Ist er aber nicht Ähm So Noch mal folgendes So Äh, was haben wir da noch Schön Schön Und als Notfalldingen haben wir noch Und nix Ja Drei, sechs Das sind zehn Ein Schaden fehlt mir Fuck Oder auch nicht Ja, ja Ja, ja Ja, ja Wieder gewonnen Läuft doch So langsam haben wir den Dreh raus Vielleicht haben wir auch noch ein Glück Ach fuck, jetzt habe ich es weggeklickt Wir sind auf jeden Fall 22 Ähm Hey Shame on Warlock Äh, so Das heißt Nächste Runde Parler Und wir brauchen nur noch sieben Viecher Dann haben wir die Quest auch fertig Das ist schon mal Mega Pornös Nice Ähm Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hoffe ihr hattet Spaß Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Viel Spaß noch Ciao Ciao